Musik 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 Microbesgewogen? Aha Stühle Matratzen und sonstiges Dass hier alles rumliegt Aber mal Verdammt, ey. Wo sind unsere Kollegen? Geht's nicht weiter? Keine Bewegung, du Pisser! Hände hoch! Heilige Scheiße! Blackburn! Was bin ich froh, dich zu sehen? In etwa 30 Minuten muss hier jeder selbst sehen, wo er bleibt. Komm, wir verpissen uns. Alter. Was der aber für ein Spruch ablässt, wenn er jemanden sieht, ey. Boah, meine Fresse. Misfit! Hier Misfit 1-3! Ich glaube, ich bin fast beim Sammelpunkt. Ohne dieses Scheiß-Gebäude wirkt die Stadt gleich ganz anders. Okay. Lauf ich mal vor. Kommst du mit? Hallo? Schöne Bar hier? Naja. Nicht so mein Fall. Ach, diese Sachen, die da stehen. Diese Cheetah-Flaschen. War ich das? Ich hab' die Tür. Komm! Laut Milnet gibt es in der ganzen Stadt Krawalle. Und... Halt dich fest! Einen Coup im Iran. Gesponsert von unseren freundlichen Nachbarn, der PLA. Das hört sich alles nicht gut an. Ich geh' hier mal rauf. Wir werden die Lage checken. Oh Gott. Ich... 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 Hilfe! Ich geh' doch mal hier runter. Weil ich seh' gerade gar keinen. Halt dich! An die Waffe! An die Waffe! Okay. An die Waffe. Schnell! Was da hinten schießt, irgendwie... Aber... Da. Genau. Los, los, los! Mehr! Ski. 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 Scheiße. Ski. 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 Rettung! Ja! Halt dich auf, um 5 Uhr! Nein! Ski. 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 Wo? Ski. 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 No! Oh Gott! Shit! Ski. Weck je! Weck je! Weck je! Weck je! Ja... Ich hab dich, Koffe! Geschafft! Und jetzt raus. Wir lassen dieses dreckige Land hinter uns. Sicher. Nächste Mission auf der Jagd. Wow, 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 wow. Das Land ist echt nicht mehr zu retten. So, wie es aussieht. Krieg, wird das etwa eine Geschichtsstunde? Welche Rolle spielten Sie bei der Verfolgung von Al-Bashir? Geht's auch präziser? Gut, wenn Sie es ausdrücklich wünschen, schildern Sie Ihre erste Mission. Zuerst sollten wir die Schäden feststellen nach Luftangriffen im Norden von Teer. Schäden feststellen? Und aus welchem Grund? Vorschriften. Wir suchten nach einem Hauptziel, um es aus der Luft anzugreifen. Nach meiner Beurteilung sind Sie nicht der Typ, der sich an Vorschriften hält. Was hatten Sie für ein Verhältnis zu Lieutenant Colby Hawkins? Sie war eine F-18-Pilotin. Sie? Kenne ich nicht. Als ihr einmarschiert seid, flog sie einen Luftangriff auf Al-Bashir. Oh. Das hört sich alles sehr interessant an. Hawkins, wir wurden hochgestuft auf Alarmstufe 1. Planänderung. Wir starten jetzt. Der Kommander sprach von einer Spezialmission. Für irgendeine Bodenunterstützung sind wir leider nicht auf Station. Das Support Center wird uns auf dem Laufenden halten. Aber wir fliegen eine Mission über Teheran zum Flughafen Merabat. Die Aufklärung hat Satellitenbilder und meint zu wissen, wo Al-Bashir ist. Also, dann mach dich für heute mal auf eine Wunschbildjagd gefasst. Das mach ich auf jeden Fall. Denn fliehen liebe ich ja. Das war's so ziemlich. Es sind schon iranische Flieger in der Luft. 9,7 auf der Arsch-Zugleif-Skala. Und wie es aussieht, kein gutes Wetter. Egal, wir starten trotzdem. Die Maschinen sind schon warm. Und wir sind bereit. Unsere Kollegen sind schon in der Luft. Verdammte Scheiße ist das hier. Puh. Okay, dann mal los. Okay. Auf geht's. Das sieht echt geil aus. Ähm, drücken... Welche Taste denn? Ich drück einfach mal. Okay. Okay. Ich drück einfach mal die Klappen und die Links und die Links klicken. Oder muss ich nach links gucken? Achso, okay. Nach links gucken. Okay, gut. Wie sieht's auf der rechten Seite aus? Auch gut. Super. Ich drücke zum Aktivieren des Feldes. Okay. Geschütz 1, äh... Schütz 1, äh... Okay. 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 Ähm... Ähm... X für... Gegenmaßnahmen. Hm... Da. Okay. Los geht's. Los geht's. Auf in die Luft. Fliegen... Ah, mehr geil. Das ist echt ein Erlebnis, ey, das war echt, wenn man ausprobieren muss. Unglaublich geil. Oh, der Finkluss. Okay, auf der Hohen, die Wippen, ich denke. Woah, geil. Shit. Oh, shit! Ja, dieses... Nein! Okay Muss ich schießen? Wow Ich sehe ihn Er ist hinter uns Oh Gott, oh Gott Ich hoffe, dass ich das jetzt richtig mache So wie es aussieht, ja Ja So, jetzt sind wir hinten Ähm Was muss ich machen? Erfassen, erfassen, erfassen Okay, ich... Oh, jetzt ist das... Ach nee Oh, die Sonne Das ist ein Problem Da ist er Ja, das war's Wow War da gerade hinter uns einer oder? Ach, verdammt, jetzt habe ich es gerade Nein, 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 das war gerade ein Fehler Zu spät Okay, jetzt... Weg mit dir Weg mit dir Er hat uns einmal getroffen, aber das war nur leicht Zum Glück Aber Aí Jetzt mein Es ist Vielen Dank.